Mikrovision Die Waffen, sehen die nicht was kindisch aus? Ja, gebe ich dir recht, aber die Waffen sind schon ziemlich gefährlich. Also die sind in diesem Land überhaupt nicht erlaubt, die Waffen. Kannst du nicht so verrückt, du kannst dich anbrennen mit den Waffen, die sind gefährlich. Interessant. Hier ist, glaube ich, der beste Platz, den man hier überhaupt bekommen kann. Das sieht uns hier keiner. Hier ist eigentlich nie jemand, also ich war ja schon oft und ich war ja noch nie jemand, deswegen. Auf jeden Fall auf die Waffe oder auf die Klamotten zielen. Wenn du ins Gesicht oder generell an die Haut, das kann, obwohl man weit weg ist, nach Verletzungen zu führen. Hier haben wir auch noch so eine Scope, die habe ich jetzt einfach mal mitgenommen, aber die sollten wir auf jeden Fall nicht auf dich schießen, weil wenn man da auf die Haut schießt, das wird extrem wichtig. Das sieht auch total kindisch aus. Ja, du unterschätzt das total. Ja, du unterschätzt das. Ja, du unterschätzt das. Scheiße, das hat wegetan. Rache, du. Ja, du unterschätzt das. Ja, du unterschätzt das. Ja, du unterschätzt das. Ja, du unterschätzt das. Ich glaube, da bewegt sich was. Da ist er. Scheiße, brennt da jetzt was? Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Was? Kasper, Achtung! Alter, ach du Scheiße! Nein, nicht die Waffen wegschreißen! Alter, ach du Scheiße! Arsch! Na ja! Säger Sie? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Wir haben ihn abgehängt. Okay, ich glaube wir haben ihn abgehängt. Ja. 10. 10. 15. 16. 15. 16. 15. 16. 17. 18. 1920. 25. Das war's für heute. Scheiße, was machen wir jetzt? Sollten die weglaufen? Ja. Wir haben gerade überhaupt da unten einen Wagen bekommen. Ganz ehrlich, scheiß auf den Wagen. Einfach nur raus. Einfach raus aus dem Wald. Dass hier noch mehr von diesen Irren sind. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.